Du wirst gemeinsam mit den DDC Breakdancern tanzen und ihr kennt euch ja von unseren gemeinsamen Tourneen, ihr habt immer wieder mal ein bisschen was probiert, aber jetzt soll es richtig losgehen, damit du dann spätestens zu deiner Gipfeltreffentournee im nächsten Jahr topfit bist und ich muss sagen, ich bin optimistisch, du bist motiviert. Ich bin sehr motiviert und man, DDC, das ist absolutes Weltniveau. Ja, bessere Lehrer kann man sich wirklich nicht wünschen. Sie haben schon deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften im Breakdance gewonnen. Sie begeistern mit ihren Shows das Publikum in Portugal und Griechenland genauso wie in Kanada, den USA oder in China und auch die Sat.1 Kollegen haben es beim Battle der Besten gerade wieder bestätigt. Sie gehören zu den besten Show Acts der Welt. Meine Damen und Herren, die DDC Breakdancern! Kulio! Kulio! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Bayern, die sind an mir. Untertitelung. BR 2018 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 beaucoup plus Starbucks Also ich bleibe dabei, Volksmusik macht Spass, auch wenn's nicht jeder zugibt. Und noch mehr Spaß macht sie mit DJ Atzi und dem DDC Bright Danzern. Und noch mehr Spaß macht sie mit DJ Atzi. Und noch mehr Spaß macht sie mit DJ Atzi und dem DDC Bright Danzern. Sehr geil! Die Divisie-Tänzer von DJ Atzi. Also Gery. Gery, ich muss sagen, das war für den Anfang nicht schlecht. Sehr geil. Das war nicht schlecht. Das war sehr, sehr geil. Jungs, schaut euch das an, was hier los ist. Es geht ja noch weiter. Jungs! Jungs! Jungs!